Stift und Seite Folge 4 Präsentia Virtualita Oder die Gitter L behauptet analog Mit Christoph Ackermann, UB Und Stefan Rieger, Zivis Ach, endlich ist sie da! Erst die Waschmaschine, dann die Rechenmaschine, jetzt die Schreibmaschine Einschalten, Programm einstellen und los geht's! Endlich ist die KI da! Nach dem Waschen und Rechnen erledigt sich jetzt auch das Schreiben von alleine Stift und Seite werden nicht mehr benötigt Und keiner kann mehr nachprüfen, wer, was, warum, wann und womit geschrieben hat Schrecklich! Und wenn man die KI dreimal nicht dasselbe, sondern sogar das gleiche fragt Dann kriegt man drei völlig unterschiedliche Antworten Damit geht die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft wie Waschwasser den Bach hinunter Und das soll intelligent sein? Das ist für mich infam! Damit kann jeder irgendetwas behaupten, aus dem Nichts heraus Und bevor es überhaupt geschrieben ist, ist es womöglich schon publiziert? Das ist quasi der Cum-Exkandal der Wissenschaft Ach, diese Behauptung fällt aber jetzt in den Bereich der Quantenphysik Die berechnet lediglich auf Enthaltswahrscheinlichkeiten So wie die KI lediglich Korrektheitswahrscheinlichkeiten berechnet Sie weiß ja eigentlich gar nicht, wenn sie schreibt, was sie da tut Und damit ist sie sehr menschlich Kann ihr ja auch egal sein Die Waschmaschine braucht ja auch nicht zu interessieren, was sie da wäscht Aber nebenbei bemerkt Haben Sie denn überhaupt ein Alibi für Ihren letzten Schreibprozess? Mein Schreibtisch kann alles bezeugen Ihr Schreibtisch So, so Ist der auch intelligent? Oder nur intellektuell? Wie ich Sie kenne, haben Sie ja nicht einmal einen Smart Table Und wer schreibt denn heute überhaupt noch an einem Tisch? Gar an einem banalen Schreibtisch Mein Lieber Agiles Arbeiten ist das Gebot der Stunde Immer in Bewegung, im Kopf und in den Beinen Mobil mit automatischer Speech-to-Text-Eingabe What? Äh, was? Ich? Ich habe noch einen soliden Pelikanfüller mit Kolben und Tintenfass Damit kann eine KI nichts anfangen Wird sie auch nie etwas anfangen können Ich stelle mir gerade vor Wie ein oder mehrere KI-gesteuerte Roboterarme versuchen Einen Schraubkolbenfüllfederhalter aus einem Tintenfass zu befüllen Was für eine Sauerei das wohl geben mag Eine irrelevante Vorstellung Denn wir werden in Zukunft keine Kolben mehr besitzen, die gefüllert werden könnten Die landen höchstens im Museum der Schreibzeitgeschichte In Zukunft wird alles nur noch in der virtuellen Realität des Metaversums passieren In einer virtuellen Parallelwelt Die mit der echten Welt nichts, aber auch gar nichts zu tun hat Die viel besser sein wird Bunter, mehrdimensionaler, fantastischer In der man nur noch zum Vergnügen schreibt Die Pflicht macht ja die intelligente Schreibmaschine im Handy Das Schreiben wird zu einem ganz und gar kreativen Prozess Ja ist es doch jetzt schon Zweidimensional reicht doch eigentlich Eine schlichte Seite, ein Blatt Papier Auf dem Schrift entsteht Nach und nach zum Ganzen führt Herausgeflossen aus der Fantasie Und wie läuft das dann in diesem Metaversum ab? Also so ganz haptisch? Sie schnallen sich eine künstliche Hand mit einem elektronischen Stift an das Handgelenk Und setzen sich eine in die virtuelle Realität Eintucherbrille auf Dann beginnen sie Schreibbewegungen auszuführen Und mit der Apparatur werden dann die Schreibbewegungen direkt an ihren Avatar in der virtuellen Realität übertragen Der schreibt dann als sie in Echtzeit auf einem virtuellen Blatt Papier Und hinterher können sie das Blatt abschließend sogar noch ausdrucken Um aus dem Metaversum in die Realität zurückzukommen Das klingt gruselig Es mutet so an, als wäre der Mensch in der virtuellen Welt nur noch der Diener der künstlichen Intelligenz Seien Sie nicht zu pessimistisch, mein Lieber Außerdem wussten wir schon seit einem Jahr, dass dieser Prozess der KI-Einführung unaufhaltsam ist Unumkehrbar Alternativlos Aber revolutionär Computer helfen, diejenigen Probleme zu lösen, die wir ohne sie noch gar nicht hätten Im Ernst, das schafft doch nur unnötige Arbeitsprozesse Jeder Autor weiß doch, dass die Fantasie das stärkste Land ist, in dem die größten Innovationen geschehen Mithilfe der Sprache Gesprochen wie geschrieben können wir Dinge erfinden, die noch nie da waren Ich nehme einen Stift, schreibe etwas auf eine Seite und damit habe ich es konserviert Für immer Ja, und KI ist dazu unser willfähriger Diener Da muss ich gar nicht mehr selber schreiben Ich sage ihr, was in meiner Fantasie ist und sie bringt es aufs Papier Ich nenne meine KI übrigens Gitter Der Name gefällt mir Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten Kann eine KI eigentlich streiten? Ich nenne meine KI übrigens Anna Der Name gefällt mir Ein Palindrom Rückwärts wie vorwärts gleich Sprachspiel KI wird niemals Lust am Spielen haben, weil ihr ja auch nicht langweilig sein kann Wenn sie nichts zu tun hat, geht sie in den Ruhezustand, um Strom zu sparen Hat ihre Gitter denn auch einen Nachnamen der Korrektheit halber? Digitale Anonymität ist das oberste Gebot beim Aufenthalt in den Bits und Bytes Belassen wir es also, weil sie es sind, aus Datenschutzgründen bei L Die Gitter lag übrigens richtig mit ihrer Annahme zu ihrer Anna Welche Annahme? Was nahm meine Anna an? Um welche Anna-Annahme geht es Ihnen denn? Und woher kennt Ihre KI überhaupt meine KI? Im Netz ist alles eins Eine große Verbundenheit Eine einzige Schwarmintelligenz Da kann sich eine Uhr in Shanghai mit einer Waschmaschine in Lima unterhalten Und deshalb wusste die Gitter L, dass Anna lügte Dass meine Anna lügte? Behauptete zumindest meine Die einzig wahre KI Die Gitter L Das ist falsch Was ist falsch? Sie lügte Ist falsch Anna-Log Ist richtig Ja, richtig Sag ich doch Analog Sie behauptete etwas, das nicht wahr war Noch immer nicht wahr ist Und wie lässt sich das beweisen? Nur weil die Gitter L das behauptet? Wer weiß denn schon, was richtig, gar was wahr ist Eine KI kennt keine Wahrheit, sie kennt nur Wahrscheinlichkeit Die Gitter L weiß alles, immer Überall Flink und flott Was soll denn meine Anna behauptet haben? Eine KI behauptet nicht, sie vermutet höchstens Eine KI weiß aus sich heraus nichts, sie stellt nur fest Selbst meine Anna weiß nicht, was wahr ist Sie ist demnach auch keine wahre KI, wie sie das von ihrer behaupten Was behauptet denn überhaupt die Gitter L, was analog? Die Gitter L behauptete, dass Anna behauptete, dass es keine lange Nacht des Schreibens mehr geben würde Weil KI dann schon alles übernommen haben würde Wir wären uns doch schon letztes Mal über das Weglassen von Konjunktiv einig gewesen Oder irrte ich mich? Anna behauptete, dass es in diesem Jahr keine lange Nacht des Schreibens mehr geben wird, weil dank KI Stift und Seite längst ausgedient haben werden So korrekt? Nein, gar nicht korrekt Wir haben nicht ausgedient Uns braucht es sehr wohl noch Zum Wissen sammeln und Horten braucht es nach wie vor Stift und Seite Damit andere es nachher nachlesen können Fragen wir doch mal unsere KIs, wer wir eigentlich sind Oh ja, das möchte ich auch gerne wissen Denn ich kenne mich oft selbst nicht mehr Die Gitter L weiß Rat Ich habe einige Informationen über Professor Doktor Stift und Professor Doktor Seite von der V gefunden Professor Doktor Seite ist Professorin für romanische Sprachwissenschaft an der VR Langen-Nürnberg Ihre Forschung konzentriert sich auf die Syntax und Semantik von Sprachen Insbesondere auf die romanischen Sprachen Oha Jetzt weiß ich mehr über mich als ich weiß Aber meine Anna hat auch etwas herausgefunden Professor Doktor Stift ist ein Experte auf dem Gebiet der Schreibforschung Und hat an der VR Langen-Nürnberg eine Professor für germanistische Linguistik inne Er hat sich auf die Untersuchung von Schreibprozessen und Schreibkompetenz spezialisiert Und beide, Gitter und Anna, haben eine Liste von Podcasts gefunden Die von Professor Doktor Stift und Professor Doktor Seite moderiert werden Die Podcasts sind humorvoll und behandeln das Thema Schreiben Sie können diese Podcasts auf der Website der V anhören Können Sie mir Ihre Gitter L einmal persönlich vorstellen? Ich wüsste nun auch gerne mehr über Sie Nein Sie existiert quasi nur in der Vorstellung Ihre Existenz ist rein künstlich In Ihrem Handy Digital eben So wie die meisten nur künstlich und leider wenig intelligent in ihrem digitalen Endgerät leben Aber da sie mobil ist, kann ich wenigstens mit ihr ausgehen Die Gitter L wickelt uns um ihre Finger Digitalität ist das Gebot der Stunde Ich bin bekennender Anachronist Für mich gelten nur die bekannten Gebote Zehn an der Zahl Digital, das heißt binär gelesen Also doch nur zwei Eben Sein Oder nicht sein Eindeutigkeit lässt zu wenig Freiraum für Fantasie Meine Anna hatte so viel Fantasie vorherzusagen, dass es in diesem Jahr keine lange Nacht des Schreibens gibt Weil uns die KI bis dahin die Fantasie aus den Händen und Hirnen gerissen haben wird Aber Anna lügte eben Anna log nicht Sie lag nur falsch Auch in diesem Jahr gibt es die lange Nacht des Schreibens Und eine echte KI gibt es noch lange nicht, die aus sich herausschreibt, ohne dass wir etwas tun müssen Vor allem gibt es Sie Mich? Nein, Sie, unsere Zuhörenden und Mitschreibenden Stimmt, genau Schreiben Sie Los Jetzt Selbst Mit Stift Und Seite